Bald ist sie fertig, die Heubergbrücke in Scheps. Und diese Brücke hat etwas Besonderes, wurden doch die Schepserinnen und Schepser bei der Planung mit einbezogen. In Scheps wird bald die neue Heubergbrücke eröffnet. Okay, eine neue Brücke ist jetzt nichts Besonderes, aber bei dieser Brücke wurde ein besonderes Auswahlverfahren angewandt. Es ist genau zwei Jahre her, dass wir da im Haus mit VR-Brillen, mit virtueller Brille ein Abstimmungsverfahren gestartet haben, wo 973 mitgemacht haben und die Geländervariante ausgesucht haben. Und jetzt ist das Ergebnis, Variante C ist es damals geworden, ist der Sieger geworden, ist schon zu sehen, ist fast fertig. Grund für den Neubau ist die in die Jahre gekommene alte Heubergbrücke. Außerdem war diese nur einspurig. Weil die bestehende Heubergbrücke ja an und für sich einmal grundsätzlich eine Werksbrücke war, aus Holz gestaltet, mit Eisenbahnschienen das Unterkonstrukt errichtet wurde und nicht mehr Stand der Technik ist. Das hat auch die Gemeindevertretung so wahrgenommen und investierte jetzt in die neue 1,4 Millionen Euro, wobei rund die Hälfte vom Land Niederösterreich übernommen wurde. Die alte Brücke wird vernehmlich mit der Opposition jetzt abgestimmt, abgebrochen und mit einer Aussichtsplattform am linken Erlaufufer ersetzt. Das freut uns sehr und ermöglicht dann wieder den Blick auf die Wehranlage und Brücke. Da das Abstimmungsverfahren sehr gut angenommen wurde, soll es auch bei künftigen Projekten angewendet werden. Ich denke, das sollten wir aus dem Demokratieverständnis heraus unbedingt wieder machen. Wir haben damals einen wirklichen Akzent gesetzt, modern zu erscheinen. Das hat uns irrsinnigen Spaß gemacht und das hat uns sehr imponiert. Die Brücke wird in den nächsten Tagen für den Individualverkehr wie auch für den Schwerverkehr freigegeben. Im Frühjahr ist eine Eröffnung vorgesehen. Und wir haben uns so verständigt mit dem Land und auch mit der EVN, dass wir, wenn es Corona wieder erlaubt, ein großes Brückenfest im Frühjahr machen. Ein Weihnachtsgeschenk also, wo die Bevölkerung von Anfang an mit eingebunden war.